So, Lili hat natürlich recht, da hat sie mich einmal daran erinnert. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich war jetzt einmal so dreißend, habe einfach mal begonnen, die Aufnahme. Wenn jemand schon im Hintergrund hört, bin ich nicht alleine. Ja, wollt ihr nichts sagen? Wollt ihr ihn einfach nur lachen? Ach, äh, hi. Wir können auch einfach nur lachen. Ich höre, ich höre, glaube ich, Lili wieder gießen. Gar nicht. Ey, pscht, pscht. Boah, ich mag solche Afro-Frisur überhaupt nicht. Völlig egal bei wem. Das ist einfach nicht meine Frisur. Ich habe mich extra als Buschpenner hingestellt, ja. Wir wollen ja immer treu bleiben. Als was? Als Busch was? Als Buschpenner. Heckenpenner. Okay. Ich müsste eigentlich noch so ein Nest oben, so Vogelnest oben im Kopf haben. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich sortiere gerade unsere Kisten nochmal komplett neu. Ach, ich gieße sie nicht. Wir haben Frühling, den elften Tag. Wir haben kein Saatgut und 474 Gold. Was bedeutet, irgendeiner von euch schnappt sich jetzt die Gießkanne, vielleicht auch am besten beide, und ihr gießt einfach das komplette Feld. Die andere. Angela Merkel. Yeah. Achja, wenn ich ausgesehen zweimal drücke, ne, das ist meine Maus, die hat einen kleinen Schaden. Die macht einen Doppelklick gerne mal, aus welchen Gründen auch immer, oder reagiert gar nicht. Passt doch. Oh mein Gott, Zwischensequenz. Ja. Juhu. Yay, Gemeindehaus. Roleplayer, komm dazu. Bei mir ist die Sequenz schon gestartet. Das meine ich ja. Was ist denn das für so ein Faden, für so ein Kreis? Wie man sieht, ist das Spiel jetzt auf Deutsch. Ich habe es richtig hingekriegt, auf Deutsch zu machen. Daher werde ich hier alles einmal so durchlaufen lassen, dass man stoppen und lesen kann. Ich werde es jetzt aber nicht nochmal alles durchlesen, beziehungsweise vorlesen. Das Spiel hat ein Deutsch-Patch bekommen. Ja. Du konntest es schon beim letzten Mal, als wir gespielt haben, auf Deutsch spielen und ich wusste halt noch nicht, wie. Ach, mein Englisch reicht aus, ich lasse es auf Englisch. Wenn du im Hauptmenü bist, kannst du rechts einfach auf diese Blase, auf diese Sprechblase klicken, mit diesen Punkten drin. Und da kannst du die Sprache dann drin auswählen. Ja, gut zu wissen, ja, aber das ist bei mir auf Englisch, ich nehme mir jetzt nicht unbedingt auf oder so. Oh Gott, ist das grüne Ding süß. Ja, ne? Das ist doch was für Lille. Was? Im Gemeindehaus. Hallo. Grüne Plopding, was da auch da auch. Ja. Alter, Lilli, was hast du denn gemacht? Nee. Alter, die schwebt hier mit ihrer Angel in der Hand rum. Und wird von diesem Faden gezogen. Weil die Angel ausgeworfen ist. Oh nee. Jetzt ist sie nicht mehr ausgeworfen. Und sie schreibt es auf Video. Ist das geil. Oh man. Jetzt gehen die Chaosaufnahmen wieder bei dir los, richtig? Lille? Das heißt, wie komme ich jetzt wieder auf die Farm? Lille? 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 Ich bin auf dem Spielplatz. Ich hoffe, ihr seid bald auch direkt wieder in das Gemeindehaus reingegangen. Und habt den Serverhack getriggert. Ähm. Lille? Ja, jetzt bin ich rein. Gerade von dir. Lille, hätte ich das nicht erwartet. Ich bin gerade am Strand. So, hier unten und das Teil mit Linksklick anklicken. Dann einfach wegklicken. Dann kriegen wir am nächsten Tag Post von einem Zauberer. Der ist im Wald, da müssen wir dann hin. Und dann können wir da drin Sachen spenden und kriegen dafür Sachen zurück. Ich weiß nicht genau, was die kleinen Kärlchen damit macht. Die sind wir dann auf jeden Fall öfter. Niedlich. Ja, ne? Und mit etwas Glück bauen die vielleicht das Gemeindehaus wieder auf. Hi. Zumindest war das so ein Gedanke von mir, den ich so beiläufig mal hatte. Wir brauchen unbedingt mal Geld. Wir brauchen 6.000 Gold, damit wir alle mal einen größeren Rucksack kriegen. Was meint ihr? Ja, das klingt nach einem Plan. Wie kommen wir an 6.000 Gold ran? Wir verkaufen einfach unser Holz. Wir fangen eigentlich an. unsere Baumfarmen zu machen. Also unseren eigenen Wald zu bauen. Ach ja, ich habe kein Holz mit. 300 Holz brauchen wir dafür. Das sollten wir gerade so haben. Hast du? Also hast du dabei? Ne, leider nicht. Aber ich wäre schön gewesen. Ne, das was da haben, das weiß ich. Es wäre schön gewesen, wenn du es jetzt da gehabt hättest. Naja, es muss so 9.000 Holz sich ganz her mit sich rumschleppen. Hallöchen. Ja, hei. Alter, wir haben alle drei den perfekten Ab... Und Lilly raus... Geht raus, genau. Wir hatten alle drei den perfekt gleichen Abstand, ja? Und Lilly muss es kaputt machen. Lass sie. Jetzt haben wir. Jetzt bleibt sie nicht da stehen. Jemand von euch sagen, bitte. Meins. Sie wollten holz tun, oder? Ja, tu ich doch gerade. Warum nehmen wir das nicht aus unseren Kisten? Meins. Die Brücke können wir dann auch gleich noch machen. Wobei, ne, es ist schon wieder 18.50 Uhr. 19 Uhr, Entschuldigung. Beziehungsweise bei dir steht ja 7 p.m. Ja. Ich finde das geil, dass die auch die Zeit umgestellt haben. Dass es passt. Hm. Weit. Ja, doch die Thronen draußen stehen. Weil sie wollten auch die Felder gießen. Ich muss jetzt erstmal hier rein. Ach, Mist, ich muss noch das Saatgut kaufen. Beziehungsweise wollte ich das Saatgut kaufen, aber ich glaube, jetzt hat der Laden schon zu. Glaube ich auch. Mist. Da braucht ihr auch nicht alles gießen. Hört auf. Ey, ey. Ich nehme das Holz. Kommt ihr mit? Ja. Wir waren uns am Bewässern. Oh. Hake. Wer will? Nee. Hake. Eins. Achso. Moment. Sind sie? Ja, mein Feld. Wow. Total. 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 Gescheuert. Aber hey. Ab zum Strand. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh. Hä, das ist einfach nur BASD. Ja, aber von der Steuerung zu erinnern ist ja, weil du ja nicht direkt. Nein, ich weiß. Oder du nicht so wie sie für First Person oder First Person spielst. So eine ISO, schräge ISO-Ansicht. Gott, ich kann jetzt die Uhr gar nicht mehr im Auge behalten, wie in meinem Aufnahmeprogramm. 1,49 Uhr. 1,49 Uhr. 1,49 Uhr. Nein, doch nicht das. 1,49 Uhr haben wir es jetzt. Ich muss ja um 1, bugün weg. Nein. Ja, reparieren. Und wo musst du gehen? Minecraft Meeting. Ist sie bei euch auch repariert? Ich hoffe, ne? Ja, aber es ist auch repariert. Ja, gut, dann hopp rüber mit euch. das wäre sehr hoch und alles einsammeln was ihr hier seht dann halt nicht einsammeln dann lass mich ich habe noch zwei meine wird gar nicht voll wieso sammelst du da nichts weil ich es kann ich hab schon alles wir können wieder gehen wo auch an die leidung von dir was soll doch reinkommen wieder nicht das spiel beim sammeln tut mir leid ich habe mich jetzt im meer tschau kommen die fälligsten nach hause wir schlafen jetzt alle drei im gleichen bett willst du nicht ja bist du dir zu fein ich hab doch gesagt ja und ich komme ja schon angetraubt könnte sich nun ja rande ich hoffe dass ich nicht falsch gehe muss einfach nur nach links laufen oder folgt lilly ich weiß nicht wo ich hin muss ich war doch richtig mann und schlafen gehen das meine ich mal schon der gibt meine maus nicht das meine ich ja Vielen Dank.